Wir spielen das Prodita-Dick, weil der, wenn ich jetzt Meditate, Meditate zum Meditate zu spüren wird, dann ist Prodita das nächste Pokémon, was ich denn durchziehen will. Ähm, ja, das soll nämlich dann die nächste Entwicklung sein. Vielleicht in der nächsten Folge oder so, die ich jetzt nicht überhaupt nicht verliebt habe, dann schon mal ein Galoppa, die jetzt empfehlen uns ja nicht mehr so viel. Es dauert jetzt noch, äh, gute, ja, zwei Orten, Lamina heißt sie übrigens, die Dame. Und, äh, zwei Orten noch ungefähr, dann könnte das passieren, dass wir schon unsere... Ja, tatsächlich, zwei Entwicklungen sogar. Geil, in dieser Folge. Ich meine, die wird jetzt eh ein bisschen was erinnern werden, weil ich glaube, da noch ein Vogel, äh, ein Vogeltrainer noch. Und damit herzlich willkommen, Meditate. Ja, Langeweg hat sich gelaunt mit unserem Psycho-Kampf-Psycho jetzt mittlerweile. Also, war es auch ein Feuer. So, und einen Rauchball, damit können wir tatsächlich leichter verschwinden. So, ich darf nichts Pokémon, was ich jetzt durchtrainieren werde, ist tatsächlich Bonita. Weil Bonita, das nächste Pokémon ist, was dann die nächste Entwicklung davon bekommen soll. Das haben wir nicht mehr in dieser Folge bekommen. Das wäre schon ein bisschen krass. Drei Entwicklungen in einer Folge. Wow, wir haben jetzt zwei Spiele bekommen. Wir haben ja schon, äh, Plieprinz zu Empolia und, äh, ja, Plieprinz zu Empolia und jetzt auch gerade Meditate zu Militalis. Naja, und er möchte uns zeigen, was ein Pokémon, Vogelpokémon so faszinierend ist. So, er hat einen Po-Tot. Ich muss mich raten, Leute, nur einen, du hast bitte nicht nur einen Pokémon. Okay, du hast zwei. Gut, gut, gut. So, das Po-Tot ist natürlich nicht das große Problem. Ne, du hast noch die Weiterentwicklung. Noctu. Du hast noch die Weiterentwicklung. Noctu. Okay, Noctu. Mal gucken, was ist denn Krim? Noctu möchte noch nicht K.O. gehen. Sondern, das sagt er, dass man noch, ich drückte mich nicht so rein, aber ich würde es definitiv nicht wegstecken. Also, relativ gut. So, die gute Anlage ist besiegt. Oh, das taue ich nicht schlecht. Gut, dann hätten wir es, glaube ich, oder? Da kommen wir nicht dran. Da ist noch ein Trainer. Da hältst du dich da oben drauf, wo man mal steht. Kann aber sein, dass da oben noch einer steht. Okay, zwei Jungs, man will sich ja nicht den Katzen ziehen. Das ist, glaube ich, ein Veteran. Ja, Andro, mit drei Pokémon. Und zwar hat er jetzt mal einen Barbie. Ja, gut, das war mir lebt, sollte ein Typvorteil sein. Das ist ein Typvorteil, aber... Nun ja, die Kondita wird uns vorbleiben her. Ohne Probleme damit fertig werden. Das ist mir ziemlich sicher. So, erst mal auf den Kopf gelatscht. Ja, und der Barmitte möchte ich sie noch nicht. Es zuckt noch ganz, ganz leid. Und drückt uns mal ein Heuler mit rein. Juckt mich aber, er hat sie sehen nicht. Zweite Staffa. Oh, dass wir hier kommen. Ach, der Fall hat mir nicht gemeint. Hier war Farik. Oh, nicht ganz. Ich bin halt auf und komm auch jetzt. Ah, gut, jetzt hätte ich plötzlich den Stamper geben sollen. So, dann habe ich ruhig auf Flammenwurf. Jetzt kann ich nicht um die AP verbrauchen. Ja, das mache ich gut. So, und auch Marschor. Sollte nicht so das große Problem sein. Es sei denn, wie gesagt, es hat irgendwas was mehr... Oh, jetzt drückt... Sollte das eine Vergeltung sein. Stamperin ist nicht gewachsen. So, gut. Dieser Veteran ist bis zu... Wenn jetzt keine große Überraschung kommen, steht vielleicht, glaube ich, sogar da oben noch ein Trainer. Und dann hätten wir es, glaube ich, auch schon. Na, wie gesagt, heute mal einfach eine längere Folge. Ja, das ist manchmal so gut und weise... Das ist halt so. Ne, da steht kein Trainer. Sondern nur, weil der wäre. Die nehmen wir einfach mit. Und dann haben wir Feierabend gleich. Ja, das ist die Folge auch lange genug, immer aber nach fast einer halben Stunde. Ich glaube, die wird knapp eine halbe Stunde werden die Folge. Ja, was weniger vielleicht. Aber die sollte ich eigentlich schlimm. Ich habe ja auch jetzt mal eine 42-Minuten-Folge hochgeschmissen. Wobei die Route 215... Ne, 215-14. Da habe ich halt schon. Da habe ich nicht kommen. Gut. Wir sind dann in Elysis. Das haben wir uns in der nächsten Folge angucken. Und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Pokémon. Strahlen da einen Diamant. Und ja, dann gucken wir mal, ob es hier so vor sich geht. Wir treffen hier auch nicht die Alte. Und der Angelegenheit in Talisman. Und dann schauen wir uns, wie wir kommen. Das wird uns zwar noch jedenfalls. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Das bleibt da bitte. Auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Ja, eine lange, lange Folge mit ZL gegen Zen. Und wir haben jetzt noch nicht die nächste vor der Tür. Und damit herzlich willkommen in Elysis. Oder Elysee, wie auch immer. Dann fangen wir uns an mit Leuten quatschen. Hallo, da studiert du die Geschichte dieser Region. Ja, das ist sicher mal ganz interessant. Wir sehen, aber jetzt ist der Kraterberg. Wo sonst in der Region ist man dem Himmel näher. Wenn ich auf den Kraterberg hätte, noch würde, kann ich da wohl ganz sinnlos sehen. Bestimmt. Versuch's. Mach' aber nicht alleine und gar nicht. Nicht ohne Ausrüstung, bitte. Oh ja, jetzt wird's mal ein Glück hier gesehen. Woher kommst du? Hm? Zwerberdorf, sagst du, das ist sicher hinter dir vom See der Wahrheit. Er sagt, der See sei das da, so weit verspricht dem Wesen der Emotionen. Das sagt bestimmt über dich. Bestimmt. Meine große Schwester stuttet die Mythen Sinus. Sie wissen, wie Menschen in Pokémon erzählt, dass die Mythen in der Stadt miteinander gelebt haben. War es damals wohl anders als heute? Da war alles genauso, wie wir es aus unseren Tagen kennen. Wird gemeint, das war der Schwerpunkt ihrer Forschung. Das war ein bisschen sehr voreilig, lieber kleiner Charakter. Ich wollte nochmal ganz kurz ein bisschen dieses Buch treffen. Da liegt ein altes Buch, zum Schluss geht's darin zu lesen. Als das Pokémon war geboren, sich das Wissen Strom ergoss, so bereichert unser Leben. Als das Pokémon war geboren, der Gefühle kein Wohl spross, um zu leeren Freude und Leid. Als das Pokémon war geboren, will es Gott uns rasch durchflossen, um uns Taten dranken zu lernen. Das ist bestimmt, um Selfetobo zu unserem Beskid. Also zumindest weiß er sich genau, was er hier war, aber irgendwie, ich vermute, dass es das war. Der Mord gibt es leider kein Pokémon, ich bin mal, stattdessen kannst du dieses Mal Haus die Items kaufen und verkaufen. Okay. So, dann wollen wir mal gar nicht reinzugehen. Dann machen wir hier weiter mit dem Knirr. Ich weiß doch eigentlich, was man sich überziehen, weil es hier war, soll ein Pokémon diese Region erschaffen haben. So, ich hab auch nicht die Ältere, der, die Älteste gefühlt. Ich muss mich an den Riemen reißen und ablässlich trainieren. Ich hab keine Zeit, keine Rolle spielen. Daher hab ich auch keine Verwendung mehr für Uhren. Hier, da schenk ich dir. Oh, ich hab die Pocket App analog Uhr bekommen. Cool. Ja, da locken wir uns, ich hab die aktuellen Uhrzeit an. Wer es gerade wissen möchte, wir haben jetzt gerade 18.38 Uhr. Einen Sonntag, Montag, den 17. Januar. So. Kleine Sorge, ich hab die Damen hier gesehen. Aber da ist noch etwas, was ich noch einmal wollte. Oh, das war ein interessanter Punkt mit deinem Pokémon. Hier, das ist es für dich. Dankeschön. Superball. Aber nein, warum nicht? Jetzt wird aufs Gegenseite vertraut sich mit dem Pokémon ein. Jetzt der Schlüssel zum Sieg. So, dann gehen wir mal kurz in das Team ein. Wie gesagt, es dauert noch zwei Orten. Ich denke mal, glaube ich, wir haben jetzt vier mit sechs Orten. Da gehört man irgendwann relativ bald unter letztes Team. Es dauert halt, wie gesagt, leider noch ein bisschen. Ich würde, wenn es möglich wäre, oder kann ich das nicht abkürzen? Doch, ne? Ich kann das doch abkürzen, oder nicht? Ich brauch doch nicht so lange zu warten. Genau. Das machen wir auch. Ich versuche es, diese Folge noch hinzubekommen. Vielleicht kriegen wir diese Folge unser Team mit Ihnen noch. Aber erst mal hier. Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es ihm aber nicht besonders, um das schein ich ihm wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, würde ich diesen müchtigen Astronauten zusammen mit meinem Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Was willst du eigentlich hier, Kollege? Wie sich herrn wir doch alles vor, kann mir doch nicht los. Da macht das auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktiebombe zünde. Sollte sich wagen, wir nicht mehr den Weg zu stellen. Und ich kann einfach mit einem Pokémon Kaffee die Knie zwingen. Warte, willst du immer noch mit mir anlegen? Klar. Also du wachst jetzt an, so ein Herz auf Team Galaktiker zu fordern. Vielleicht so ganz mit der ganzen Welt. Ja, mit dem ganzen Universum auch. Das ist der gleiche, das ist ja auch in meinem Buch stimmt. Also mein Buch noch her, wenn ich das könnte. Naja, er hat einen Papi-Denner. Aber ich kann mich über diese Folge noch ganz kurz mal ein Klackabschicht aus einer anderen Gute machen, weil ich will noch einen anderen Spielkommand haben. Ja, ja, mal jetzt nicht. So, aber erstmal noch mal wieder. Durchbraten. Level 37. Ich weiß nicht, dass Level 47 war, oder 42 war bei Kodita. Ah, bleibt dabei. Ich hab das Gefühl, dass wir weg. Die Wunkel geht auch warten. Ja, Ruppe, jetzt besiegt. Ich wollte gerade einordnen, ich besiegt. Das war von einem Kind. Da sind wir alles gefühlt. Ich hab schließlich auch noch zwei Hände. Was soll ich denn in dieser Einhütte? Das finde ich besser. Ha! Ach, wir heute wieder. Oh, da war's großartig. Was war ein starker Trainer, du doch bist. Das älteste von Lise, spreche ich dir hier mit unserem Dank aus. Na du, dich mal diesen Talisman ansehen. Talisman ansehen, die du hast, Kindchen. Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir den Talisman zu bringen. Ja, ich kippe der Ältesten den Talisman, und nicht den Taliban. Talisman. Talismane, wie dieser Wund vor ewigen Zeiten in Elysis angefertigt. Man stellte sie zu Ehren jener mythischen Gottheit her, von der ich heiße, sie habe Sinnoh erschaffen. Auch heute findet man ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, schon einmal, die in Elysis bist, warum siehst du dich bei der Gelegenheit auch gleich die Ruinen an? So, ich muss ganz kurz mal auf meine Karte gucken. Eventuell kann ich tatsächlich ein Pokémon, was ich möchte. So, gucken wir mal auf die Karte. Da wird die Karte in die Elysis gefahren. Da muss ich meine Karte gucken. Äh, okay, dauert schon wieder viel. So, ich möchte nämlich kurz was verledigen. Ich hoffe, dass ich da hochkomme. Die Frage ist nicht schnell. Ich versuche jetzt mal kurz, um abzukürzen. Weil ich weiß, dass wir sonst in dieser Folge hier gerade bei 978 gerüchten sind. Und das ist mir gerade ein bisschen sehr kurz. So, die Wege zur Rote wäre die 2211. Aber die möchte ich ja sehr, sehr gerne noch, äh, so. Die möchte ich ja gerne noch die Träner beziehen sollen. Die überspringen. Den einen muss ich jetzt mitnehmen, ernsthaft, okay. Auch an der Suche der Ruin habe ich einen Tränern-Deck. Dem muss ich nachgehen. So, okay, dann muss ich mal das tatsächlich jetzt mal eben machen. So, Bronze, mein Freund. Bronze, ja? Für diese Folge, wie gesagt, mein letztes Teammitglied fangt. Deswegen muss ich mal einfach was machen. Das kann ich ja tatsächlich. Das fällt mir leider ein. Ach, du Mist, wie du hältst das natürlich aus. So. So, dann haben wir das auch. Wir haben den Ruin-Maniac hier besiegt. Ja, wir sind eigentlich was anderes geplant, diese Folge. Naja, wir müssen auch die Ruin machen. Das ist ganz klar. Ich will das wieder zu lassen. Ich lasse sie gerade mal bei. So, jetzt hoffe ich, dass ich das kann. Dass ich mal eine kleine Abkürzung machen kann. Weil ich will tatsächlich diese Folge mal letztes Teammitglied fangen. Wenn das jetzt geht. Super Schutz, dann bauen wir jetzt mal ein. Weil ich will nicht diese Höhle hier durch. Lass mich raten. Ich kann natürlich nicht, oder? Ernsthaft. Ich komme da nicht durch. Wollte mal das Fluchtsal hier mit. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich hier nicht durchkomme. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich noch nicht durchkomme, oder? Ah, ernsthaft. Jetzt muss ich tatsächlich warten, bis ich die nächsten Orden habe. Ja, ich komme nicht weiter. Okay, dann hat sich das tatsächlich für den heutigen Plan erledigt. Das war eigentlich, wäre es so schön, jetzt mal da rauszukommen. Das wollte ich die Trainer hier mitnehmen. Ich werde mal die mitnehmen. Das sind ja nur drei, ne? Komm, scheiß drauf. Nimm sie mit. Machen wir sie auch hin. Ich lehre mein Noctur mal hin mit. Nock, hast du nicht gewonnen. So, nehmen wir das Noctur mal. Das Noctur mal nach Hause mit. Schick mal nach Hause. So war es eigentlich geplant. Aber ich habe sie dort zu... Ne, ich möchte nur an den Himmelsfäger einsetzen. Die Sache will nicht, dass ich da jetzt nicht rankomme. Nein, es ist jetzt Himmelsfäger, es darf Himmelsfäger einsetzen. Weil es doch irgendwie zwei, drei KP hat. Es hat doch zwei, drei KP und darf das dann einsetzen. Aber es wird immer im Stamper mal raus. So, Vogelprofil, Heimler, ISP, sie. Wir haben uns ja letztes gegeben. Das ist es, was zählt, oder? So. Äh, guck, 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 guck. Gut, okay. So, wir haben so einen Trainer. Auf geht's, ich kann das Kammer warten. Gut, los. Ja, wir haben jetzt auch zwölf Minuten erst. So, also, wie viel hast du als Pokémon-Med, mein Freund? Ist natürlich auch ein Kampf Pokémon, er hat drei insgesamt. Gut, okay, greife alle, was nicht klar ist. Na, verdammt, warum, warum immer nur ein, das Viech hat immer nur ein Kapitel noch, oder so. Nein, das Viech, ach du schon. So. Medizviel. Na, komm, wir spielen das Spiel weiter. Ja, wir spielen das Spiel, ich war ein bisschen scheitbar, mein Freund. So. Äh, Blammenbruch. Ja, falls ich mir ja mal, dass ich mal was hinterkomme, das ist der Lüfter von meinem Lüfter. Ich weiß nicht, wie das mal reparieren kann, dass das jetzt nicht klappt hat. So, Kramorfs gleich wieder endlich. Juno, komm, Kramorfs wieder ansetzen. Komm. So, hast du lange nicht mehr gekriegt. Ich glaube, da dauert es nicht mehr allzu lange, denn darf ich es auch in dich wickeln. So, Aschor. Aschor schlafen, Manschor müde. 38 Kramorfs, sehr gut. Wieso, wieso konnte ich nicht gewinnen? So, da geht's mal, da geht's auch. So, da geht's auch mal, da geht's auch. Ja, die Schäfer hat mir mal mit. Nein, ich bräuchte keine Kramorfs. So, also mal die ganzen komischen Bären hier weg. So. Ich habe schon gesiegt. Was ist das Ostträmerchen hier unten? Ja, war ein bisschen gekommen. Jetzt ist er bereit. Das ist das Ostträmerchen. So. dialog mit habe ich nicht werde doch mal ein bisschen ständig gar nicht so ist der waffen sind ja es kann sich mit halten hat man ja gar nicht dass gerade sie jetzt mal wieder erst besiegen bevor ich weiter kommen naja ich wollte noch mal lamina wahrscheinlich und dann auch mal das selbst so also flammen wozu wissen wir uns käfer Das ist Goldwand. Wir bleiben drauf. Geh mal auf. Kameido. Kameido! Der ist das. Der ist das. Der ist das. So, mit der Flick-Clauer kann ich mich jetzt stärker sein, dass ich doch noch mitnehmen Das war jetzt klar, da ist sogar dabei So, der Junge ist besiegt Ich habe mich da sogar versteckt Hattest du So, damals bei 18 Minuten sind wir jetzt glaube ich sogar schon durch in der Folge Da haben wir alle Träder jetzt mitgenommen Nein, wir haben noch nicht ganz durch Quatsch, halt, es fehlt noch was Ich habe mir die Höhle noch nicht angeguckt Ich möchte mir die Höhle noch ganz, ganz, ganz schnell angucken Weil, ja, vielleicht gibt es da was interessantes Das war nämlich noch der Plane Sache So, gucken wir mal uns diese Höhlemalerei an Könnte was geben Was hab ich denn sonst hier, oder? Doch, ein Treiber Na gut Du untersuchst die antike Höhlemalerei Bei den Banden habe ich jetzt in der Räsel öfter Form und Zeichen abgebildet Da die merkwürdigen Symbole hier sind, hier wie die Eckpunkte des Dreiecks angeordnet In der Mitte dieser Anruhe befindet sich etwas glänzendes Was hältst du denn so auf sich? Das dauerte diese Malerei folgendermaßen Das Symbol in der Mitte der Welt Wesen, das in den alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass es man als Gottert sei Er hatte Als Gegengewicht stellten sich diesen Wesen drei Pokémon entgegen Die dargestellte Figuren, die wie ein Dreieck angeordnet sind Diese sollten wohl die Macht ihres besten Wesens im Schach halten So wird es zumindest eine alte Sage aussehen Die man sich noch heute im Hero in Elisus erzählt Ach ja, ich hab etwas, was der feste Züß sein wird Hier gehörten meine Enkel, aber sie braucht sie nicht mehr Und zwar die Tim 95 Aha Ja, das ist ein Surfer Tatsächlich Sitzt du Surfer, aber lieb vor einem Attacken ein Kannst du dich über das Wasser fortbewegen Zudem sind halt ein Attackes Surfer Sie erzeugt an den Flutfälle, die über Pokémon in der Umgebung des Anmelders hereinbricht Die sind jedoch selbst verschont Aber meine Enkel hat doch etwas über anderes über diese Attacken gesagt Hm Jetzt fällt es mir ein Ich werde Surfer über die App, wenn es Pocket stutzt und nicht über Gewässer, Meere oder Flüsse verbringen Dann vermittle ich sie auf den Orden Erinnerung an Herzhofen Aber dabei kann ich ja wohl nicht mehr wirklich sein, fürchte ich Ach ernsthaft, wir können Stärken erst noch nicht einsetzen Ach, was ist das? Ernsthaft? Er hat so ein Kömmer tatsächlich stärker Ich will nämlich Ich kann mir erst den Server Und das bewirken, dass wir tatsächlich doch noch Ja, dann ist es halt so Dann müssen wir tatsächlich Können wir sich abkürzen Dann müssen wir halt so mal schade Ach man, ärgere mich das gerade so was sie haben Ja, nicht einmal Ja, die sind aber Ja, die sind aber Ja, die sind aber So, im Podium wird es unser Surfer So, Felsgrabe raus dafür, weil wir haben ja die Möglichkeit Ich werde die Geldfelskraft behalten. So. Gut, da hat man sowas gemacht, ne? Ne, passiert noch was. Affen, da hat sich ein Unbedeutender aus der Herzung zugetragen. Wir sollten alle mal die Spitze betreffen, die die Welt aus einem anderen Linkwinkel betrachten. Einen weitergefassten Linkwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Marschlag zu sehen. Mein Name ist Sirus. Ich trebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. In der Welt und bestreite Konflikte. Ich halte dich, diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch, sag, haben wir dich schon einmal getroffen? Zwar am Kraterberg? Solltest du etwas über eine Kraft und Erfahrung bringen, die im Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Denn genau diese Kraft brauche ich, um meine neue Welt zu erschaffen. Schnell, Quatt. Naja, wie gesagt, noch gebe ich auf das Verlager auf den Weg. Das ist ein bisschen sehr größer und wahnsinnig. Ich habe auch mal gucken, was passiert. So, ich nehme mir tatsächlich mal mein Team wieder an. Heilo, dass ich dann eingreifen habe. Ich habe mich ein, was gerade immer, dass ich mein Team mitgekriege. Das war so, es wird ein schön gewesen, jetzt schon. Ich habe mich nicht ändern, aber. So, Jutta, was hat man denn als nächstes? Siegelabiner, die Altera, Leiterin von Herzhofen. Das heißt, wir fliegen jetzt noch mal nach Herzhofen. So. Und da wartet uns dann. Die gute Lamina. Endlich dürfen wir ausfordern. Wir dürfen dann auch erst nur zur Falle sitzen. Und noch nicht. Und noch nicht. Und kein. Ach, naja, ärgere mich gerade so ein bisschen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Let's play Pokémon Spanner Diamant. Und ich freue mich, wenn er wieder anschaut. Musik 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 Musik